Herr Umes, hier spricht Konstantin Rauder. Oh, das ist schön, das freut mich. Herr Umes, ich möchte Ihnen eine Mitteilung durchgeben, die Sie vielleicht nicht verstehen werden. Dass Sie in einer Sprache ist, der Sie nicht mächtig sind. Zeichnen Sie bitte die Medaille trotzdem auf. Ja, das mache ich. Okay. Ich habe übrigens den Kontakt erwartet, da meine Mutter einen Telefonkontakt angedeutet hat. Sie wissen, dass Sie dies mitgeteilt bekommen haben, so fügt sich eine in das andere. Ja, das ist schön, das freut mich. Das ist ein Zeichen von einem junger Mann, Nummer 2, ein Mitglied von unserer Gruppe, der noch nicht hat die Gelegenheit, um sich selbst zu treffen. Aber er fragt mich die folgen. Mama, ich spreche Sie von der Raum von Liebe und Liebe. Es wurde viel einfacher, zu überprüfen die ganze Sprache, und zu überprüfen die Message zu Ihnen, als es war, während der Experiment von Mr. Hans Koenig, es war wahr, Mama, es war kein Fake. Für mich, es war nur ein paar Minuten, für Sie, es waren Jahre. Die neue Physik, als auch die Technik von Photons, hat das möglich gemacht. Die neue Voice-Bridge, ist ein Dekalib, zu realisieren, das. Ich versuche, zu kontaktieren, mehrere Stationen, in der meantime. Mama, keine Angst mehr. Ich liebe Sie, Ihr Sohn, Frau Rumberto. Thomas, dieses ist ein Kontakt, der Wiesert. von mir durchgegeben wird, wie einen jungen Freund unserer Gruppe. Ja? Das stimmt, Sie können ihn doch vorspielen, weil wir dort wissen, was damit anzufangen ist. Ja, sehr schön. Ich vermute, das waren einige Sprachen. Ich weiß es nicht. Herr Konstantin, Herr Rauz über. Ich danke ganz herzlich, Herr Rauz für den Kontakt. Dankeschön. Tschüss. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Vielen Dank.